ha 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 eine europäische Euro das ist doch nicht mehr du bist auf mich drauf gelandet du bist auf mich drauf gelandet okay ich warum ist der P1 da nicht so übertrieben heftig das ist das schwerste und leichter die schnellste aus dem Spiel du bist so ein unglaublicher Hohenzoller Alter ich war nicht geil vor allem du hast mich nicht mal rausgekickt weil du mich rausgekickt hast sondern wegen scheiß überholen dann noch Alter Alter vielleicht hab ich's aufgenommen ich weiß nicht ob ich der Türen gedrückt hab was ist jetzt passiert hast du den Boost bekommen oder was hast du den Boost bekommen oder was hast du den Boost bekommen oder was dir diese Drei